Herzlich Willkommen zu einer Folge auf Karte Wilmarsch, unsere fünfte Folge, vor allem schon Freitag. Ich habe gerade festgestellt, dass auf Feld Nr. 3 meist ausgesehen habe, das heißt in dem Sinne, es könnte sein, dass es Pech ist und dass es entsprechend hier aufgeht. Gut, jetzt sehen wir auf Feld 14 Raps aus, kurz Kurs einstellen, hier machen wir auf 3, dann hat er mehr Platz zum Wenden, dann muss ich nicht zu viel zurückfahren. Wir starten am ersten Blickpunkt und da kann man anfangen. Wir werden hier herkalken, weil ich habe gesehen, es muss so gekalkt werden. Das heißt, wir werden nachher auch noch mit dem Karteuer arbeiten müssen, aber das machen wir da hinterher. Das geht auch. Das geht auch. Pferd Nr. 1, da brauchen wir auch Rapsreinmengen. Die machen wir auch 3 Vorgewende. Ich habe gerade starke Huste, hoffe, dass es vorbei ist. Ja, jetzt kommt die Winterzeit, die kalte Jahreszeit, Erkältungszeit einstellen. Schauen wir mal, ob der um die Ecke kommt. Wir müssen noch ein paar Dinge aufstellen, noch ein paar Silos. Verkalkt sehe ich gerade. Ich glaube, das ist schlecht. Jetzt muss ich mit dem Spiel raus. Eine Menge Lenkung. Hauptsache, klappt das nicht auf, wo er noch gerade davor steht. Lenkung ist raus. Ja, gut. Ich muss eh nicht mehr den Krieg. Es dauert ihm schon lange, bis er, ja das ist, glaube ich, typisch. Entlassen. Wir können vorfahren. Fix. Und einstellen. Typisch. Ist ja, wenn es mal schief geht, dann geht es gleich schief, ne? Aber ich wollte die erste Bahn haben, das ist ja nichts. Ein bisschen nacharbeiten ist das schön gut, aber das muss hier auch nicht sein. Ich habe mir Kaffee gemacht. Wir müssen die Kehle wärmen. Anfeuchten. 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 So, das läuft dann da, hoffe ich mal jedenfalls, wenn er um die Kurve kommt. Den Flug kann man ja nicht rum. Ah, das soll los sein. So, der hat noch die erste Runde. Der auf der 12 ist auch dabei. Mal schauen, wie es aussieht bei Gras. Wir haben ein, zwei, drei Grasfelder. Vier. Ist immer eine Frage, ob da Dünger drauf muss oder irgendwelche anderes Zeug. Was wichtig ist wegen Dünger ist, ok. Auf die 25 müsste eigentlich Kalk. Das heißt auf Deutsch, wir müssen Takt dazu. Aber erstmal in die Kühe nochmal kurz kurz Futter geben. Dann das waren nämlich fast wieder alle. Hier unsere Halle. Da werden wir genau in dem Bereich, ja genau, eine Straße bauen. Kör練習ang. Äh. nhnf! Lenkrad lenken, jetzt sollten die genug Vorder haben, wenn das leer geht und den Rest kommt. Jetzt sollte es mir besser gehen. Wasser haben sich jetzt, Stroh brauchen wir nicht unbedingt. Ich komme mit Lenker nicht klar, wenn kein Widerstand existiert. So, jetzt haben wir auf Müllstellung gemacht, in der Mitte, Lenkrad, da geht es auch mit da mal raus und Temperatur, mit der W&S. So, Lenkung, also Hänger. Hänger werden wir mal in der Halle stellen. Und zwar machen wir ganz Wir werden noch später Materia vorweg machen, aber zuerst noch mal sehen, dass wir die ganzen Anhängenschose fertig kriegen hier. Unsere Feldarbeit. So, nehmen wir mal einen Düngerstreuer und zwar Ah, der Weiße eigentlich für Kalk. Der Helle. Im Grunde ist egal, ich kann alle das Gleiche fahren. Ich kann alles aufnehmen. Ich kann alles aufnehmen. So, mal einen aufstellen. Für, für Dings hier. Für Kalk. Die Integration sind nicht. Kalk. Und zwar den wir schon mal hatten. Und zwar hier in der Reihenfolge mit Reihilzer zustellen. Da wo die Grasnabelprinzip aufhört. Dann werden wir gleich noch den Umkaufbekämpfungsmittel nehmen, die dabei sind. Das ist ja jetzt auch egal. Dann werden wir weiter nach vorne nehmen. Noch nicht zu weit. Falls wir mal mit Cosplay beladen lassen wollen, dass die alle drei Einrichtungen sind. Alle, alle vier. So, jetzt haben wir Kalk holen. Dann können wir den nicht umrüsten. Ja genau. Für die Breite. Dann rüsten wir den mal um. Den wollen wir nicht umrüsten. Zwar. Bursche. Haben wir den Abbau vergessen? Ja. Alter, das grüßen. Ja genau. So, machen wir auf. Wir können das keine Koalition. Reihen wir das Zeug. So, das dauert eine Weile. Mal kurz gucken, was die anderen sind. Mal kurz gucken, was die anderen machen. Der ist dann eigentlich fertig. Auf Fettnummer 13. Das Gras, glaube ich. Das lassen wir auch mal drin. Wir haben nicht mehr. Nacharbeiten, dann lassen wir schön sein. Was ich immer noch kaufen wollte, wäre die 36. Aber das wollte ich ganz sicher. Dann, wenn wir den mal zurückfahren. Ja, das ist eine Katastrophe. Das kann man nicht mehr abnehmen. Warum bleibt es so extrem? Ich weiß noch nicht. Aber das ist nicht so, wenn man bei mir ist so. Das war das auch. Das hast du immer auch entlassen. Dann geht doch was. So. Was war noch, was gepflückt werden müsste? Außer unsere, die 18er muss noch gepflückt werden. Ja. Fahr mal zur 18. Das laufen wir jetzt so hier. Das ist mir ja ungehalten. Irgendwann. Dann haben wir einen Abflug nehmen. Oder wir werden gleich mal einen anderen Flug kaufen. Zwar ein normaler Flug. Aber auf dem Hof. Dazu werden wir gleich mal losflüsen zum Ende. Ja. 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 Soll ich den gleich verkaufen? Aber ich kann mit Summe noch nicht arbeiten. Ohne die Laster ohne den Helfer arbeiten, das geht auch. Teil 18 mit dem Helfer. Wir kommen nicht rum mit durch den RKW. Ich wollte aber was testen. Und zwar... So. Alt links. Autodrive. Alt links. Null. Alt. So, irgendwas war gewesen. So. 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 So ich mach mich jetzt換. Einfaches war wieder mutterlei Deine Farmer connectivity an andere Faarlassen. Mit Faarlassen he. Faarlassen-anander wieder. Ach, das ist ja eine genaue Aufgabe aufs Zug. Gucken wir mal rüber. Hier oben. Hier fehlt was. Jetzt machen wir jetzt mit dem Helfer. Wir arbeiten ja nach. Wie gesagt, den Lenker muss ich den Lenker nochmal auf Null stellen, dann kann ich mit der Maus auch auf der Tour. Aber gucken wir uns lenkt er in eine Richtung. Mal, das wird schon lange dauern, bis der Lenkrad sich entsprechend eingestellt hätte. Ich kann da bestimmt zwei Seiten übergehen. So. Helfe rein. Hohlgreifen, muss man sehen. Das funktioniert. So, der arbeitet, der arbeitet auch. 13 ist fertig. Da kommt ein Herr Kalk rein. 13 kommt ein Herr Kalk rein. Das könnten wir auch gleich machen. Weil... Die machen wir erstmal nicht von uns waren sie oder machen wir erst die... Machen wir mal die 13. Wie gesagt, hier Lenker muss man mitmachen. Wenn wir eine lange Weile haben und nichts zu tun haben, dann können wir immer eine Maschine vom Händler zum Hof bringen. Ich bin da gespannt, ob das Mais vert wird. Mais braucht eigentlich eine relativ hohe Temperatur. Ja. Vom Boden her. Sonst kann er nicht keiben. So. Ja, nicht so weit fahren. 13. 13. Da reichen zwei. 18 Meter. 19,5 waren es glaube ich. Mit Kalk waren es weniger. 19,5 waren es glaube ich. 20,5 waren es aufgepasst. 20,24 waren es wirklich. Und ein Schne Т 커� Stephan. 21,5. Oh, was machen wir jetzt? 21. 22,5 waren es j worked and havedd reviews. Dann bin ich ganz sicher ob das kaputt wird. 22,5 waren es jetzten. 22,5 waren es jetzten. Ja, 22,5 waren es in die frosting. 22,5 waren es jetzten es so weit verstanden. 23,9 waren es jetzten rein und ein Hahnkord. was geht der jetzt überhaupt noch an zu pflanzen außer gerste hafer geht noch nicht ein gratis hafer würde immer gehen so troffel zucker rüben karotte hirse sehr zentrale tabak tabak geht dann machen wir tabak kontrolle hopfen hopfen geht auch gut dann fahren wir auf 13 so liebe leute das haus freudig gewesen ich danke fürs reinschauen dann seid mal schüß und winke winke dann sieht man sich morgen wieder bis dann